Wo war denn der Tank? Ach da ja, in der U-Bahn. Ich hab kaum was beigetragen. Ich möchte vor. Ah, 31. Ich leb wieder. Oh, ich hab kaum Leben. Zieh mal was zum heilen. Oh, lass mich mal, lass mich mal. Mach die Tür. Wo seid ihr? Ah, da! Ich komme. Attacke! Ja! Immer ins Gesicht! Oh, wie ist das geil. Kann er nicht sein Benzin hier drüben noch auffüllen? Das ist ne gute Frage. Hast du dein Katana auch? Nee. Ich auch nicht mehr. Ne AK? Ich nehme den Molotov mal mit. Oh, der Jungs mich an der Hand versteht was neben mir. Ist, ist hier ein Katana? Lass mich vorgehen. Spaß 12. Ne, 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 ne. Rohrbombe. Kommst du wieder holen? ja ich will christen ich habe auch eine rohrbombe meine kettensäge ist weg ja leer was wir verballert ich habe gehört ich kann die dauerhaft benutzen hatte doch mehrmals schon gesagt ich habe nicht zugehört ich habe zu viel spaß was verbandszeugs jemand hat gesagt ja was zum teufel bauarbeiter wir wollen nichts bauen wir müssen sie alle töten darum ist ein boomer seht ihr den auf dem dach das für die schneider macht dafür die tür wieder von träge was ist eigentlich ein boomer als vorher montiert wurde genau da haben gebäude ich habe sie gefunden mit verdammt er hat mich doch noch erreicht hunter danke sei froh ich war gerade am nachladen ja louis hat mich ja gerettet nee hat er nicht der typ macht nicht da stand aber louis hat mich gerettet schweine danke louis dafür kriegst du den schottkern schoss was ist das hier kann ich das auto benutzen nein hier aber lahmanlage schade hier liegen ja noch eine pipe bomb wer will ich habe schon pipe bomb ist besser als ein monat auf meine ich weil im monat auf hält da drüben sind sammeln wie das man das ich will proben stimmt was das hier lift damit man auf ein lift jetzt kommt jetzt kommen aber ein paar zombies oder ja da oben laufen sie schon lassen das ist ein charger wieder erst untergefallen jetzt müssen wir aufpassen jetzt kommt auch glaube ich mehrere hand hast oder man müssen den ganzen weg noch mal laufen in drin ich habe ich habe auch eine geschmissen nee ich habe eine andere bombe ich habe so ich habe eine kotzikotzi bombe geworfen und eine rohrbombe darunter geschmissen aber irgendwie ich höre einen jockey 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 muss nachladen alter was macht er hängt auf mir er führt mich scheiß nein man muss wieder hoch geht nicht ja muss man durch den aufzug wieder hoch meine ich geht nicht äh ja dieses scheiß Vieh hat mich da runter gehauen und Luis hilft mir mach weiter Luis danke Luis äh musst hier hochkommen hier ist Munition und Leben aber no smoking hier also äh wie soll ich ich muss erstmal hochkommen wir haben hier gerade warte ich gebe euch Deckung oh das ist gut oh ne jetzt hängt schon wieder so viel auf mir ähm hier unten ist ein ah äh incoming hier unten bei mir äh ich hab ein paar hey jetzt kommst du runter sprung aus keine Hilfe nicht so weit runter wir müssen irgendwie mal ein bisschen zusammen bleiben ich versuche mich hier um so lange wie möglich zu halten mocker ohne hilfe komm ich glaube ich nicht durch jungs da ist Luis wer ist ich hab nichts mehr zu heilen dabei hier oben sind zwei ja hier oben sind zwei stück eine für dich eine für Dings nein 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 was ist das denn jetzt schau bitte das war der smoker er hat's geschafft Drehsau bist du tot ja ja und wann werde ich wiederbelebt ähm ich glaube wenn wir das kapitel jetzt hier zum ja wenn wir im nächsten safe warm dran sind dann müsste das ja komm da gehen wir vor ohne mich komm her auf geht's komm her komm her komm her komm her komm her komm her ich halte mich eben kurz selber naja man kann nicht alles haben hat er mir einfach die Zunge in den Hals gesteckt wie so ey wo ist der hin schön wo ist der hin das schlimme war ja dass dieses kleine Vieh mich eben nach unten geschmissen hat ja 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 das ist der das sag ich doch wir müssen aufpassen vor ich stand ja auch noch neben dir äh ja ich war woanders ich war ja immer noch drin da hatte ich der Jockey rausgeleitet der Jockey hatte ja den wo du zu mir sagst wo ich hinlaufe den Weg der Johan wo Cha 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 das sah so gut aus ach und ich hab ihn gefunden ja ich hab wie kommt man da rein ich hab ja wer ist das ja wer wohl ha hei tachi hey hör schon auf hey du hattest doch soviel Schaden schon äh sollten wir die Treppe wieder nach oben gehen weil der Luis ich weiß nicht Trigaya läuft da jetzt vor guckt mal der Luis hat hier so ein aimbot und guckt die ganze Zeit da hoch der hat ein aimbot deswegen ja der hat da die ganze Zeit grad hochgeguckt äh Luis gib mal ab hier da müsste da oben irgendwas sein wallhack er cheatet bestimmt ich geh mal hoch komm hier mit ja ich komm mit ja irgendwo müssen wir hier lang ja hier ich mein hier lang wo ist es nicht hier hat er so hingeguckt hier ist aber nichts computer ne hier ist nichts ok lass mal ich geh mal hinten raus oh oh ich sah incoming oder ja jetzt mal wieder oh da ki Luise ja wenn er zu hören ja wir nennen er zu hören Frauen werden immer benachteiligt warum spiele ich eine Frau bist wohl schlechte sie sich hier ausgesucht hast das wird jetzt nie oder auch nicht also ich bin auf flüssigkeit zieht meuthan ich glaube der ist ein bisschen zu früh explodiert ich wurde durch na gut waren die nicht irgendwie feuerfest wie viel abherst du was liegt denn das ist ein unterteil von so einem fetten wie ich sehe da nicht wenn ich so drauf schießt was ist das für ein geräusch ist das das bitter den wir vermissen ich gucke bitter ja das ist das bitter den wir vermissen er ist nicht mehr da bildung wieder da ja kannst du ihn mal heilen ja klar er ist da drüben da die holen ist du mich holen sicher können wir mal gegen den kopf klopfen und wenn es das ist nix dran wenn die harte ist nix ich hab meine spaß hier ist ein gully deckel jonas zum teufel kommt da raus nichts vorwärts marsch dreht du den zombies in den zombies sind ja auch voll gothic aus anstatt die zombies als wären das so kanibalen was sind denn zombies vegetarier oh charger müssen wir jetzt da runter schon down ja runter hier am besten alle bevor da irgendwas passiert bevor die gothic die zombies mal wieder zu schlagen hier hinter uns kommt einer hoch glaubt der luis wohnt hier unten das sagt ja nichts dagegen wo müssen wir denn jetzt sein ist da ohne spaß eigentlich ne du hast die wow incoming wir können übrigens hier hochklettern passt schon es gibt schlechtes wetter die zombies kommen von oben ich hab nur acht schüsse ne ich brauch muni dann mal weiter wo ist denn der nächste save room weiß ich nicht dauert doch müsste doch auch bald zu ende sein so wie ihr mir das erklärt habt ich muss spitter 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 alter wie sieht der spitter denn aus als wäre das nur ne alte frau ist er doch äh aua boomer rennt ich hab keine Lust äh 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 ich hab mal übernommen naja keine ey guck mal ich hab nen geheimgang gefunden lass mal minecraft spielen hallo hier da ist ein laser visier oh geil brauche ich mein laser visier und meine schauer wird von vorne geschlagen da ist ein zombie kann ich auch für meinen katana laser visier haben oh hier ist moni 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 man sich die zombies da gerade gegenseitig oh niska 3er schuss oder 4er schuss was war das wo ist denn jetzt meine schrotflinte hin ich versuch's mit der flinte freier schuss okay äh witch voraus warte oh oh ja danke wer sie aufgeschreckt hat weiss ich net ja egal ja sie ist ja tot sie ist ja tot äh links wo jetzt links oder rechts ich weiß es nicht gibt es hier ne map da hinten lang nein incoming hinten oder was das auch immer da sein soll incoming ich muss nachladen dicke party hinter euch das ist das gute bei der spast weil da kannst du oh ja das hat er das gute an der spast du kannst einmal schießen er muss da einfach nachladen und kannst direkt weitermachen hey ich bin's nicht schießen boah hat mich das Ding umgerannt hier hoch da ist die Leiter was ne Leiter ich töte euch alle und gehe alleine was ist denn da drinne oh ne Kettensäge willst du ne Kettensäge haben ja lass mich holf hier hallo hier oben ist keiner ich komm flogen geh ey ich guck weiter ich möchte jetzt mal ey nicht stich mich durch beim nächsten ich muss mich gleich erstmal heilen und dann bin ich erstmal richtig ja hier ist ein Krankenwagen hier ist ein Krankenwagen hier ist ein Krankenhaus sind wir sicher äh da hier sind diese aufgepumpen ich komme Psychologen die meinen sie wären gegen alles sicher lass mich hier bitte ich liege nichts was zum Teufel wer liegt da ich hab voll wenig gemacht ist das jetzt Kapitel 1 Teil 4 Teil 4 ich weiß es nicht sind wir jetzt fertig ne wir sind noch nicht fertig oder oder sind wir schon ich weiß es nicht Teil Gaia sind wir durch oder noch eins nein nein geht noch weiter wie lange denn noch wie viele ich glaub das hier und dann da oder wir sind glaub ich schon durch das ist Teil 4 weil wir sind die M4 weil wir sind die M4 oh wie geil lass mal ne noch einer oh meine G36 oh guck mal hier ja ja die M4 natürlich die M4 guck mal hier ja ich hab ein bisschen ja tut mir leid ich bin auch Biker äh pass auf bevor du ein Benzin komplett verschwendest achso ich hab nur die Hälfte hier ist übrigens ne äh ja M4 wie ihr es habt ne automatisches Maschinengewehr ja oder meine Spast ja ich hatte jedem da liegt ja noch einer ja das ist egal du kannst auch die Spast nehmen weil die hat auch einen roten Marker los geh raus mach alles nieder wir sind auch im Medipack ne ah stimmt ich sollte mal eins noch mitnehmen äh heil die M4 äh was ist denn hier los ja ich hab schon mal ein bisschen aufgeräumt ach guck mal lass mal operieren scheiße das Skalpell hab ich keiner kommt ne Meino P ich wo soll ich ihn aufschneiden so wir boxen äh am Kopf ok wir müssen eine Kopf OP Sekunde gut oh Gott ja warte dann sehe ich mir noch ne Beino P voll so und jetzt müssen wir warte ich setz ein bisschen Blei ein jetzt müssen wir langsam einführen langsam einführen ich hab das Gesicht verurscht langsam einführen ich weiß nicht wo lang ich lauf wo wir müssen nach oben oder ja hier kommt auch schon einiges von oben Kettensegel oh oh Gott ein dicker ein dicker der kommt zurück Hilfe oh er hat jetzt schon angekotzt die gehen jetzt alle auf durch nicht auf uns Blut wir gehen zurück in den Saferaum und lassen sie verraten ok wer ist dabei wir direkt schweilen oh nein ich seh noch nicht wo was das ist ja das schlimm ich seh noch nicht wo was das ist ja das schlimm Incoming das war es schon die sind größtenteils im Eimer äh Kettensegel wie gesagt oh spitter ist eigentlich noch was hinter uns ne ne oh Gott ein Bubo oh wieder einer oh noch einer na ich schade schon ja und da hinten hinter der Tür da hinten kommt ein dicker wieso oh ist hinüber ja ah wir müssen da oben tatsache ja hier ist überall Giftgas ne äh witch zweites Stadtwerk alter da das bei mir überhaupt nicht zensiert oder so was ist es das richtig schmodderhaft ja du hast die nicht die äh du hast die un-Cut-Version ich hab die Cut-Version ja gut wo ist die ich muss es eh auf FSK 18 setzen von daher wo ist die witch bitch da oben oder das ist so ne komische Flasche die können wir eh ins Gesicht werfen da da in dem Raum ist sie da in dem Raum ist sie da in dem Raum hier genau da müsste sie eigentlich drin sein wo werden die die hin warte mal bitte bleib hier da ist ne Kettensegel ich hab gehofft weil keine Munition mehr drin ist Dankeschön das ist ja 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 keine Ahnung hier ist schon wie ein toter oh Schwester wir müssen operieren nicht schon mal wir müssen uns beilen schnell warte das war so klar okay wir haben es geschafft was ist denn hier los äh ja sagen wir es mal so ein bekannter Mann wollte OP vornehmen bitte ah rennt rennt zum OP wir müssen wir müssen operieren kann man die Leichen irgendwie mit ihm mitnehmen ne ne schade sonst hätte ich ihn Gustav genannt Gustav wo bist du aufm Klo scheißen auch nur oh guck mal das ist unser Gericht das war doch ein Patient von uns äh hier liegt überall hier liegt eine Diegel falls du willst ne ich hab noch ein Patient ich hab keine Munition mehr für meine Schraubflinte ja dann nimm dir hier die Diegel mit ja hier hab ich die die macht glaube ich One Hit ich weiß es nicht genau aber bei Boomer macht sie die Two Hit hallo keine Patienten ziehen aus unserem Krankenhaus aus ich glaub wir müssen eh in die Richtung Exit ist richtig hallo wo sei wo wo müssen wir hier lang hier geht's schon richtig ja da geht da kommt wieder einer durch die Tür durch nicht ich nicht ich die wollen hier durch und die wollen aus unserem Krankenhaus entliehen die Operationen weichen gibt's aber hier was schreit denn da ja das ist ein Jockey oder hier liegt die Waffe patienten alter wie verrückt die werden weil schwestern hier schrotflinte gestern hier liegt die schrubflinte weil sie wollen hier drückte schwester gibt mir lieber munition ja hast du ach so wird sie gegen die spaß behalten oder ja oh scheiße ich weiß was die neue spaß neue spaß mit voller munition wahrscheinlich da hier ist komplett neue munition wir werden spaß jetzt haben ach stimmt dann behalte dich was die du hast jetzt ja eine web pointer du hast jetzt ja eine web pointer Alter sie bekommen hier keine kustenlose Behandlung also guck mal wie das hier hanglist siehst du das da ist niemand ja willst du euch das Video angucken ich weiß nicht ob ich das jetzt hätten machen sollen aber ist jetzt schlimm für uns total ich steh mich hier in die Ecke Da ist es Säure. Ich bin eingedrückt, Mama, nur weil ich das Krankenhaus beschützen wollte. Oh scheiße, geschafft nicht. Wird auch fast geschafft. Luis rettet mich, ihr müsst nur Luis beschützen. Ja, ich wird sterben. Jetzt auch incoming, Alter, oder? Ja, oder? Resto. Nee, incoming. Incoming, ja. Luis rettet mich, Luis rettet mich. Nein, das ist nicht Luis. Geht raus aus meinem Krankenhaus. Da kommt noch mehr. Ja, wir haben einen verloren. Wir haben unseren besten Mann verloren. Da hinten ist so ein Typ in der Riesenzunge. Tod. Äh, Smoker. Aua, ich werde von hinten geboxt. Wie kommt der hier rein? Wie sind euch die Decke gefallen? Der Aufzug ist da, der Aufzug ist da, der Aufzug ist da. Ich hab wohl keine Munition mehr. Geh mal rein. Ja, später! Da! Aaaaah! 4 HP, 3! 2! Mach zu! Haut ihn ab! Haut ihn ab! Da wollte noch ein Hunter reingekommen. Alter, ich hab noch 10! Ich hab noch reingekommen. Hat jemand nen Pack? Neee. Hat er sehr alt. Hört ihr das? Ich glaub, Luis hatte noch nen Pack. Ja. Hört ihr das? Wir sind im Einbau. Ja, wir wissen. Warte mal. Können wir uns nicht gegenseitig töten und dann äh, wiederbleben? Nein. Das Problem ist wie tot sein. Der Jockey ist auf dem Aufzug. Dioher. Der Jockey ist auf dem Aufzug.